Jetzt habe ich mir extra einen neuen Bikini geholt. Den werde ich jetzt wohl nie zu See bekommen. Eigene Schuld. Wie fies. Ich bin voll der Held und rette meine Mutter und du bestraust mich dafür? Tja. Dann erzähl mir wenigstens, wie er aussieht. Damit ich es mir vorstellen kann. Welche Farbe hat er? Blau-Weiß gestreift. Eher sportlich oder eher sexy? Johanna? Hey! Hi. Leider kann ich gerade nicht ans Telefon. Hi. Für das Teil brauchst du einen Waffenschein. Damit lasse ich dich auf keinen Fall allein an See. Irgendwer muss dir ja die ganzen Verehrer vom Hals halten. Okay. Überredet. Dann muss ich natürlich wissen, worauf ich mich vorbereiten muss. Sonst du dich oben ohne? Manchmal. Beweise. Hey ihr Lieben, ihr wollt mehr über GZSZ erfahren? Kein Problem. Hier bekommt ihr neue Videos von uns zu sehen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es bei uns weitergeht, dann könnt ihr hier schon die neuen Folgen auf TVNOW von uns anschauen. Viel Spaß!